Ich werde für dich angekickt. Woll Easterlich hat sie gesagt Du hast einen Anchorman waaaaaaaahahahaaaaaHaaaaaaaaaa WAS EIN ARSCH Halle k AW h Central Und willkommen zu einer weiteren Folge von Borderline 2 Insama mit Dallwi Und wir müssen jetzt ein paar D Titanöre tüten Ja hatte umgöten nein und genau kannst du mich retten hier ist keiner die gerade umschießen kann muss jetzt oder mehr kommen wir da ist da einer wo denn komm mal her du schreist die ganze zeit das wird geil ja das war schon das war mein alter koch hat sechs mal mein essen vergiftet bevor er merkte dass ich meine hündchen immer vorkosten lassen manchmal vermisse ich bau sein nummer sieben bis zwei aber bau da wie hat ich auch gerade gedacht so zum nächsten würde ich sagen da ist schiffi hallo schiffi weithaus kann man da hin kommst du runter ja alle habt alle hat nein wo müssen wir hier Wir müssen den Ansiedler finden. Da zwischendurch und yeah. Nur gestreift. Nur ein Streifschaden. Pfff. Weißt du, die ganzen Monster kann ich umfallen. Aber einen so ein blödes Holzschild, was da liegt. Das nicht. Oh, wir müssen in eine andere Region schon wieder. Na gut. Wenn das so ist. Wenn die uns immer nur von A nach B schicken wollen hier. Ich bin doch schon am Fliegen. Geilstes Fahrzeug. Hoffentlich haben wir die in den A und DLCs auch. Das wäre natürlich cool, wenn man die jetzt in der Hauptstory auch noch hätte. Ich weiß es nur nicht. Wer ist hier hinter, oder? Ah, hier ist noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Aber hier ist falsch, oder? Early, kommen wir hier rein? Das ist falsch, ne? Doch, wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Wir müssen hinten durchlaufen und dann rein. Gut. Wir ignorieren mal die Automatikgeschüsse, die auf uns schießen, ne? Machen wir. Aber nix. Mach mal die Tür auf. Er lieb. Ich bin klar, hätte weh. Ich habe keine Ahnung wie, weil ich fahre mal kurz hinzu. Jetzt auch kein Eingang. Ne. Ah, hier kann man drüber klettern. Hier kann man drüber klettern. Jo, ich bin auf dem Weg. Brutale Piraten. Nehmen wir diese Brutalos. Achso, da ist alles okay. Der Mann hat natürlich Sinn. Wie kommst du da hoch? Da neben dem Terminal ist eine Leiter. Können die mal aufhören, mich immer zu töten. Wo, links oder rechts? Wo ist hier eine Leiter? Nein, nein, nicht eine Leiter. Eine ganze Stufe. Hier, eine ganze Treppenwand. Guck mal, wo ich stehe. Guck mal, zu meiner Nähe. Meine Nähe. Ach, das kann nicht wahr sein. Ich habe ihn genau in einem Moment getötet. Jetzt musst du mich retten. Die Scheiße kann man... Denn wie viel Pech kann man haben? Das ist halt so, wenn man unfähig ist, bei Louis. Ne, ne, ne. Ich habe ihn genau in dem Moment getötet, wo er gestorben ist. Also, ich meine, ja. Zeug da. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Wollt ihr Pennerland schon wieder? Oh, oh. Einverfluchter Pirat. Sag doch, dass du eine Granate wirft. Ne, gut, ne, gut, ne, gut. Ich hänge. Ich könnte die Tür aufmachen, auf jeden Fall. Fuck. Ehrlich? Ich befürchte, dass ich keine Hilfe brauchen werde. Warte, hier, den kannst du noch nie. Wo? Ich sehe den nicht mal. Du bist ja hinten. Schneller, schneller, schneller. Drei, zwei, eins und... Nein, er lädt nach. Oh, Mann. Okay. Das ist scheiße. Während man nachlädt, kann man nicht wiederbeleben. Das ist total beschissen. User was kicked out of your channel. User was moved to... Komm her, du Arsch. Ich hasse dich. Das ist schon das... Ach, du stirbst auch. Okay, vielleicht hasse ich dich gleich doch nicht mehr. Gigi. Guck mal, der scheiß verfluchte Pirat, der da Stress macht. Ja, war klar. Oh, Mann. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist, aber wovon die reggen. Ob die werden die... Vielleicht dürfen die uns einfach nicht im Nahkampf treffen, dann reggen die oder so. Oder weißt du es? Ja, es kann sein, wenn man die... Ich... Ich hab keine Ahnung. Gleif, ist ihr das ja? Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wird zwar 100 Jahre... Wird wahrscheinlich das DLC vorbei sein, wenn wir es lesen, aber... Hm, wer weiß. Wer weiß nicht, wie lange das DLC noch geht? Ja, das stimmt. Wir produzieren dir gerade vor. Wo wir sind jetzt auch gerade relativ knapp an dem Dingens. Hallo, wir müssen das Tor deaktivieren. Wieso willst du dein Tor aktiv... Deaktivieren? Ja, weil wir da durchführen. Dann können wir durchfahren. Wir können das Tor irgendwie aufmachen. Ja, dann mach doch. Ja, komm her, helfen wir. Ich... Ähm, muss gerade meinen Fakt verticken. Komm gleich. Hab hier so viel Zeug gesammelt, das muss erst mal aufwag. Ich hab keinen Plan wie. Ey, wie geht das auf? Auf jeden Fall backt da gerade ein Auto drin fest. Muss einfach die... Wie war das nochmal? Die... Dings verfolgen. Die Kabel verfolgen. Nö. Nö, nö. Nicht mit Kabeln. Muss erst wieder der Profi kommen. Weißt du, der Elektriker hier. Ja, ja, mach das mal. Au. Au. Die fahren auch alle hier drin rum. Die brauchen auch ein Revive. Ich bin nicht in deiner Nähe. Nicht wirklich. Ob ich da noch rechtzeitig hinkomme? Doch, ganz schade. Könnte ich schaffen. Fahrst du nicht, Fahrst du nicht. Okay, dann geh ich wieder. So, du hast willst ja einen Raketenwerfer. Nö, Shotgun. Wie machen wir das hier auch? Ja, vielleicht sollten wir einfach mal den Quest-Objekten folgen. Da steht das schließlich bei. Ja, hölliboll. Ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Option. Die hätte ich auch noch in Betracht gezogen. Hier ist auch nicht so ein Hebel, wo man dran drücken kann. Nein. Huch. Also. Mist. Ne, das ist das falsche Tor. War, äh. Kann man halt hier doch nicht rein. Keine Ahnung. Da stand aber, drücke den Scheiter fürs Tor und das passt. Ja, das Tor für das Ding ist hier. Ach so, meinst du das? Natürlich renne ich in die Arme von so einem Badass-Badass. Kannst du den nicht wiederbeleben? Warte mal, ich schaff das schon. Wenn dein blöder Claptrap das nicht weg macht. Oder du womöglich. Mein Freund, was machst du da? So. Fertig? Können wir reisen? Warte. Ich nehm's mal als ein Ja. Irgendwie muss ich echt noch ein bisschen was an meinen Waffen tun. Ich hab' ich ziemlich schlechte Waffen auf einmal. The Rough Yard. Waren wir hier nicht schon? Nein, waren wir nicht. Hör mal, der Typ, den du suchst. Ich hab' ihn vor einigen Monaten mal an Bord genommen, weil er verdammt viel über Captain Blades Schatz weiß. Hab' ihn dann wieder gekickt, weil... Naja, wasst ihr sehen? Sie hat ihn also gekickt. Ich hab' ihn gekickt. Weiß ich nicht, hat sie gesagt. Das ist ein Ange-Man. Wohahahaha… Was ein Arsch! Ohne Scheiß, Mann! Der zieht einen ran!!! Ja, hätt' ich dir auch sagen können. Woher? Das ist genau der gleiche Typ wie Dingens. Nee, wir hatten halt den komischen Typen da, mit dem distances Ver CAPER generationischen Undiner Hörner. Helfe mal hoch! Ich wäre gerade selber mein Problem, dass ich hier so gerade überlebt habe. Lämpfe mal hoch. Ja. Nö, jetzt will ich deine Hilfe auch nicht mehr. Na gut. Ah, ah. Wallfänger. Hey. Immer muss man ja die aufhelfen, ist ja alles streng. Hallo, ey. Halt die Klappe. Landratte. Töte ein und auf Piraten. Arrrr. Guck mal, ich habe eine Granate für euch. So sind die nett von mir. Jetzt sind wir ganz kurz hier gucken, was hier ist. Hallo, ich komme mal her. Hier gibt es eine Quest. Ja, Erdi, vielleicht sollten wir hier erstmal aufräumen, bevor wir uns einfach vor davon machen. Ein Piraten-Din hier, der kann sie uns mehr machen. Dein Ernst? Ach so, da kommen wir später wieder zurück hier. Okay. Hm, 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 hm. Nö? Und ich habe hier ganz cool, nö? Ach, ist das schön, wenn man hier alleine lassen wird. Wo ich die Tür nicht treffe. Wo? Der dodget einfach mal alles. Jetzt reicht's. In dem Gelände. In dem Gelände? Fahr auf, Ballou, ich, ich komme, dir macht eine Hilfe. Kann man sich ja nicht angucken hier, was die hier veranstaltet. Oh, ich drehe an, Mann. Lass mir den. Und, äh, Kills machen. Early. Und kann sie den Pulverjong töten. Early. Oh, immer der Balloui, Alter, jedes Mal. Willst du mich ja nicht verarschen? Ich habe die ganze Zeit alleine gekämpft, wo du mich alleine gelassen hast. Und da muss man ihn jedes Mal wieder aufheben. Das ist jedes Mal das Gleiche mit dem. Ablingzeit. Ich bereue es übrigens immer noch, dass ich nicht Zero gespielt habe. Immer noch. Schade. Weil den hätte ich echt cooler gefunden als den Mikromenser. Die Tee ist zwar cool, aber, äh, weißt du, mir fehlt damit ein bisschen der Reiz. Weil die Fähigkeit, ich weiß nicht, so viel Schaden macht er nicht. Ich war das mit dem Schild und Co, aber der macht halt nicht wirklich so viel Schaden, dass wir jetzt sagen, wow, geil. Naja, klar. Und du meinst, Zero wäre hier viel besser gewesen? Ja, aber ich kann einfach die ganze Zeit unsichtbar sein. Ich kann super schnell unterwegs sein. Ich kann mich unsichtbar machen, visieren den Gegner an aus 20 Meter Entfernung, drückt dann auf Nahkampf und, äh, fuck den krieg ich nicht kaputt, die haben nicht verguckt. Drückt auf Nahkampf und dann springe ich zu dem Gegner hin und zerfleisch ihn richtig. Krieg ich teilweise mit OneHit kaputt und was ist denn hier alles? Alter, was ist denn hier kaputt? Er ist richtig cool. Wir sind Badass-Penner, ne? Was heißt? Schön. Nein, hat doch nicht so lange nach. Scheiße, das war jetzt die falsche Waffe. Was hast du für eine Schildgröße? Was? Schild? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht auswendig. Steht unten links. Weiß ich jetzt gerade, aber nicht, weil ich tot bin! Komplett? Komplett? Nee, halb. Musst du schon, dass man halb sterben kann? Wie groß ist sein Schild? Wohin geht das Huhn? Wie groß ist sein Schild? 6.000! Ja, dann nimm mal das. Nein. Doch. Ja, siehste? Nee, wir machen aber einen Nahkampfschaden, ich will keinen Nahkampf machen. Dann kauf dir das, was hier drin ist, oben rechts. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ja. Das ist nämlich genau das Leih, was hier passt. Wenn ich sogar das Leih, ich weiß es nicht. Mann, 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 Mann. Oh, da sind noch Gegners. Ja, die Bettesttypen, die uns immer umbringen die ganze Zeit. Die Feiten gegen irgendwas. Gegeneinander vielleicht, das wäre ja mal schön. Aber ich glaube, den Gefallen tun die uns nicht. Hallo, wir haben auch zu träumen hier. Na, rasten wir aus und nehmen den Raketenwerfer gegen die? Dies Arschloh, ne? Klaut dir mehr Eis, kalt den Kill. Ich habe extra die ganze Zeit gewartet und nicht... Oh Gott, oh Gott, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Tschüss, Baloui. Letzt wieder. Wow. Granate, 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 go. Ich habe das geworben, eine? Eine, ja. Ich werde immer zwei, drei. Ach so. Ja, wusste ich nicht. So, Freunde, so nicht. So nicht, so nicht. So, hier oben noch. Ah, okay, müssen wir lang. Wir müssen durchs Schiff. Geht's hier nicht weiter? Er hat gesagt, ich fühle mich wie Eisdrehen. Was ist das für ein Ding? Schiff. Schiff? Schiff. Ein so ein Schiff. Na gut. Du kommst nicht vorbei. Komm mal hier. So, und jetzt? Hat der super funktioniert. Was immer du mir auch zeigen wolltest? Toll. Ja, ich wollte dir eine mit dem Ding jetzt im Raketenwerfer. Wollte auch nicht so wie ich. Leute, ich habe eine Secret Chess gefunden, Alter. Gut. Ich habe die Kiste aufgemacht. Alter, immer die Piratenkisten öffnen. Immer die Piratenkisten. Scheiße, Early, kannst du mich retten? Ich werde die, ah, da. Ah, da ist ein Badass, kann man mir deswegen schon wieder aufmachen. Jetzt wird sie kaputt. Ja, wenn ich meine Waffen mal nachgeladen hätte. Ja, danke. Da haben wir uns einen Schildbooster fallen gelassen. Ja, ich weiß. Irgendwie, ähm. Ach, komm, jetzt. Reicht's hier. Warum muss ich immer meine ganze Waffe immer nachladen? Das ist ja geil. Lass einen Schildbooster fallen, sammelt sie in die Hand. Ach, das kann nicht wahr sein. Oh. Ich dachte, das wäre der Badass. Early. Warte, ich werfe kurz eine Granate. Ich will das mal mit Partikeln so cool, dass die Partikel alle so da hinfliegen. Wo ist denn hier einer? Ich sehe überhaupt keinen. Wollt ihr mich verarschen? Ach, da oben. Also immer die Schatzkisten, die schwarzen Schatzkisten, wo Munition drin ist. Aufmachen. Na, da kann ganz viel Geld draus kommen. Ah. Na, warte, kommt jetzt. Oh, hier, Kajüte. Arrr. Arrr. Ich glaube, du musst was machen, ehrlich. Fläch, schläge. Ich würde sagen, oh, da gehen wir nicht rein, weil da werden wir das aktivieren. Dann aktivieren wir das nachher. Oh, da kommt einer. Gut, ihr Nudeln, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Da würde sich Deathdrop ziemlich drüber freuen. Ne? DT? DT? Okay, oder auch nicht. Lass trotzdem ein Däumchen nach oben da. Auch wenn es DT egal ist. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haut darin. Bis morgen. Und tschüss.